Wir wollen heute Abend den Workshop machen, wo es darum geht, Strategien für Corporate Learning sich zu überlegen. Und die grundsätzliche Idee ist ja, dass wir Leute aus ihrer Komfortzone ein bisschen rausschieben und über große Veränderungen, über Disruptionen nachdenken lassen. Wie können wir denn sowas angehen? Wie bekommt man sowas hin, ohne dass die Leute alle Angst bekommen? Ich mache in Englisch weiter. Aber ich denke, dass die Leute Spaß haben, wenn sie diesen typen Event erleben müssen. Und Disruption ist ein Wort, das viele Menschen gefährdet. Und was wir versuchen, ist, dass wir Disruptive Szenarien erleben. So etwas, was wirklich verrückt ist, was wir nicht von heute machen würden. Wir sind in dieser Zeit, um unsere Kreativität und Ideen zu lösen. Und das ist etwas, was ich wirklich überraschend bin und überraschend bin. Janis, kannst du ein bisschen in die Kreativität, was du für uns planstest? Ja, ich kann das tun. Ich meine, dass es Spaß macht, ist toll, aber was ist das Ergebnis für die Leute? Und ich würde gerne erklären, die Theorie hinter diesem Workshop-Konzept, das wir machen. Also, ich glaube, dass, wenn in einem System, wie ein Workshop-Konzept, dass die Leute etwas überraschend sind, was die Disruptive Intervention in einem sichereren Umgebung ist. Dann gibt es eine große Möglichkeit, dass sie Dinge in der gleichen Weise, wie sie es in der Workshop-Konzept haben. Sie werden es in ihrer alltäglichen Leben, in ihrer alltäglichen Leben, in ihrer alltäglichen Leben. Und das ist das, was wir versuchen, dort zu tun. Und das macht die Leute, die sich mit den Disruptive Intervention fühlen, die in ihrer Arbeit passieren können. Und das macht sie sicher. Und dann sehen Sie, wie sie wirklich zurückkommen können, dass sie nach Hause zurückkommen und zurückkommen in ihrer alltäglichen Arbeit. Also, es ist ein Experiment. Und wir erwarten, dass die Leute wirklich lieben, dass sie das wirklich lieben. Und, wie ich sage, dass sie mit ihnen engagiert sind. Und es ist toll, ja? Wir haben Karten, wir haben Dice, was anderes? Wir haben Menschen. Menschen, viele Ideen, viele Flipcharts und Marker, crazy Post-Its. Ja, crazy Ideen, transforme diese crazy Ideen in deine alltägliche Leben. Wir haben veränderungsvolle Rolle. Sie haben, für einen kleinen Zeitpunkt, dass sie die Lehren- und Entwicklung-Experten sind. Aber wir geben ihnen eine andere Rolle. Also, das ist auch eine schöne Herausforderung für sie. Und, ja, schauen wir, was passiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017